Ich bin der beste Maske in den... Ah, ha ha, mein Freund! So voll voll von neuem Energie und umgekehrt! Ah, hier werden die Erinnerungen aufgebaut. Erinnerungsbaum. Das bringt hier nichts. Vielleicht wenn man die Steam-Person hat. Achievement-Person? Das ist nichts. Das ist nichts. So, let's go. Dann bringen wir die Maske zurück. Und dieses Mal haben wir die Maske. Oh, Herr Relic! Oh, Herr Relic! Bist du okay? Eine tolle Reunion. Er hat die Maske. Was machen wir jetzt? Um zu fixieren, was gebrochen ist und zu verändern. In die Tür muss die Maske gehen. Oh, Herr Relic! 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 Weiss! Ow, Herr Relic! Von zu des Albtraumes in die Ur hj Oh, Herr Relic! vielleicht auf der anderen seite nehmen wir an dass wir hier lang müssen oder und das ist der weg zurück nun werkstatt da muss man oben jetzt ein weg um muss ich nur kurz auf dem weg kommen schade dass sie keine map gibt außer hier an der ladebildschirm das nächste große areal mit den zahnwärtsdienst können wir uns das nächste mal zeit nehmen schaut doch fast so aus wenn nicht der dritte auch noch ein großes areal hat hier haben wir uns schon gewundert so sieht es aus wir müssen hier hoffentlich keine matrizze machen Dann bin ich aufgeschmissen. Okay, wo brauchen wir eine Batterie für? Wenn wir natürlich nicht mit sein, aber ein geschnulzendes Essen haben wir mit. Spinnen, oh weia. Ich darf mal trotzdem hier. Okay, die Spinnen sind hier schon mal, nicht die Borona. So, die Darübe zu bieren und damit machen wir die Zahnräder hoch. Okay, hier brauchen wir dann das Rädchen für um damit zu kommen, das Rädchen, was dort drüben liegt. Okay. Oha. Sorry to interrupt you two, Snooper. Oha. Ah, ich hasse Spinnen. So, wir sind die Snoopers? Dann wer bist du? Oha. 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 Da wird schon wieder gesungen. Ach, sing doch nicht sowas. Oh nein, Spinnen. Machst du Platz? Döse Spinnen. Baaah. Delisio. Okay, du gehst das noch? Certainly not. Okay. Come on, Dusty! Hit the spinner as hard as you can! Sehr schön. So, wir haben einen grünen Griff. Wir fangen das Boot schön ansammeln. Wir haben einen blauen Griff. Wir haben einen blauen Griff. Das ist auch schön zu sehen. Und wenn wir hier noch einen grünen. Wir werden sehen. So. Der ist hier mit. Ah, ja. Das ist die Farbe egal. Okay, jetzt kommen wir hier rüber. Ja, toll. Fantastisch. Das hat uns hier gebracht. Ich mach das hier. Ich mach das hier. Ich mach das hier. Das ist ein Kerben. Das ist ein Kerben. Ok, das hier. Das müssen wir jetzt natürlich hier rausnehmen. Das Rädchen runter. Dann können wir natürlich hier rüber. Und das da hinfügen. Aha. Sehr schön. Und hier mal weiter. So, nun. Brauchen wir hier eine Platz um runter zu kommen. Ok. Vielleicht hier rüber. Naja. Hey! Maybe that train of thought might help us. Hello, Buckethead! Can you hear me? Ugh! How rude! Don't get wound up, Piper. He's just out of power. Oh, right. Ok. Und womit können wir den... Ich dachte, die kommen vielleicht freischalten. Und dann freies Siebel mit dem Schwerd. Gut. Jetzt haben wir so eine Platte. Dann können wir von der anderen Seite... Oh nein. Es war klar. Weil hier so die Leben rumhängen. Ist was zu brauchen. Ich rüber jetzt den... den Lift. Die Metallscheibe auf dem Lift. Ok. Was haben wir jetzt hier? Aha. Verstehe. Ich rüber da heute. Ich schluss. Okay, wir haben da. Oh. Und dann. Oh, ich gehe daher. Oh, ich gehe das. und wir sind vor wieder hier und und hmm so das ist auch da oben und vielleicht ah ja Session FANTASTUS 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 NEXT STOP ENIGMA HILLS WOW BUCKERHEAD SMASHED RIGHT THROUGH THE SPIDERWEB und das können wir dadurch sehr schön mit den pendeln können wir sehr recht vorbei Das ist natürlich blöd, dass wir die Platte nicht mehr haben wir müssen jetzt natürlich ruhen Ja, können wir die hier nehmen? Können wir nicht. Können wir lang. Und ziehen die Platte neben. Oh, okay. Die Straße ist klar. Lass uns den Buckett-Head. In diesen Tagen, die Probleme hier in den Klockford-Town haben wirklich geflogen. Okay. Na schon müssen wir da weitergehen. Jetzt nichts gibt es zu. Ja. 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 Okay, das funktioniert so nicht. Okay, dann können wir das erste Mal hier draufziehen. Ein Gericht müssen wir dazu legen, ich weiß. Hm hm. Schwindest of Cap'n. Oh Gott, Mitch. Können wir nicht noch so schieben? Schallung! Nein Tschau Wir sind wieder so ziemlich am Auskürzpunkt der Lagone. Okay, wie können wir das irgendwie machen? Das Schiemen ist nicht wirklich drin, weil es hier ist. Und dies. Tja. Ähm, ich glaube, ich meine, es tut mir leid, dass das jetzt schon direkt am Anfang des Streams so direkt am Anfang machen muss. Aber ich würde mal sagen, ich hole mir mal, ich hole mir mal gerade einen, ich mache mir mal gerade einen Kaffee, kurz mal, ich mache mir einfach mal einen Kaffee, mal fünf Minuten Kaffee machen und dann vielleicht fällt mir mein Kaffeetrinken hier, wenn wir drauf was ein oder wenn wir Kaffee machen. Das ist, was sehr, ich bin komplett zielüber heute. Auf der Arbeit. Ähm, draufschlagen können wir nicht. Wirklich nicht viel. Es kann nicht sein, dass da anscheinend war. Ich habe den dort hinschieben können wir auch nicht, den dort. Was wollen wir gerade mal? Eines kann ich noch versuchen. Nee. Das hier. Das hier. Und die kann ich ja in irgendetwas verschieben. Das hier. Das ist richtig. Wollen wir mal weiter. So. Ähm. Hier haben wir das Kistchen. Andere. Wahrscheinlich ist das einfach ziemlich idiotisch, ich blick's bloß einfach nicht. Jetzt können wir das mal nach hier, jetzt könnte ich doch theoretisch, ja jetzt müsste ich doch hier, wenn das hier steht, müsste ich das doch, wenn ich da stehe. Ok, ne, aber hier kann ich mich nicht beziehen, oder nicht? Hm, ne, das nochmal zurück, muss ich das mal hier hinschieben, das kann ich ja machen, dann steht das hier nicht mehr im Weg, das hier im Eingang, da bin ich sowieso nicht mehr lang, jetzt müssten wir hier eine relativ freie Bahn haben. Na doch, hm hm, doch, hier, da kommt sie, so, naja jetzt komme ich hier lang und dann können wir, ah ja, sehr schön, so schwer war es doch gar nicht. Gehto. 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 Gehto.